Musik Rein in die Gondel und rauf in die Uhrzeit. Dinos, Korallen, Ammoniten und Urmeer bei jedem Wetter. Das bietet die Region Weidringsteinplatte. Mitten im Themenpark liegt das Restaurant Kammercoeur, das mit seinem großzügig gestalteten Innen- und Außenbereich Platz für 1200 Personen bietet. Die vielen Wassererlebniswelten rund um den Triassic Park bieten im Sommer eine willkommene Abkühlung für Groß und Klein. 2008 wird der Park eröffnet und ist das Highlight auf der Steinplatte. An einer Kletterwand können sich die Kleinen auspowern. Der höchste Punkt im Park rund um die namensgebende Steinplatte ist die Aussichtsplattform in der Form einer Fächerkoralle und bietet den Besuchern in 70 Metern Höhe eine spektakuläre Aussicht. Nach den mehr oder weniger anstrengenden Beschäftigungen erfrischen sich die Besucher bei einem kühlen Stiegel, Bier oder Radler. Der Renner ist der Stiegel-Zitronenradler, ein richtiger Durstlöscher bei den sommerlichen Temperaturen. Auch wöchentliche Events sind auf der Kammerchöralm im Programm. Die Besonderheit ist sicher, dass wir alle Woche am Dienstag eine Musik am Berg haben. Da spielt eine Livemusik. Die fahren wir den ganzen Sommer das Programm. Bei uns gibt es die Rola Hausmannskost in allen Variationen. Von die Kasnocken bis zum Schnitzel mit speziellen Tagesgerichten die ganze Woche durch. Die Besonderheit ist für mich sicher die Architektur von dem Gebäude. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich selten gesehen so. Das ist moderne mit alt kombiniert. Das ist zu einer Einheit geworden. Und das ist sicher sehenswert. Das in der Wintersaison geöffnete Panorama-Restaurant Alpenblick bietet den Besuchern einen spektakulären Ausblick über die umliegende Bergwelt. Die im Innenbereich ebenfalls nur im Winter geöffnete Apreschiba Tenne glänzt ebenfalls mit einem gut durchdachten und einladenden Launch-Bereich. Das Gebiet Weidringsteinplatte hat zu jeder Jahreszeit ein großzügiges Angebot für Jung und Alt. Die Teams der Restaurants Kammerkör und Tenne freuen sich auf Sie. Musik